Musik Der Kasamstag ist der Tag der Grabesruhe. Es ist sogar ein liturgiefreier Tag, der einzige liturgiefreie Tag im ganzen Jahr. Gestern am Karfreitag hatten wir die große Karfreitagsliturgie und die Osternacht gehört eigentlich liturgisch eben schon zum morgigen Tag, zum Sonntag. Heute ist einfach der Tag der Stille, der Grabesstille. Es ist auch kein ganz schmerzerfüllter Tag mehr, der war gestern. Aber es ist eben auch noch kein Tag von einem jubelnden, fast hätte ich Halleluja gesagt, sagen wir es schon mal ganz leise. Es ist noch kein Tag von einem jubelnden Halleluja, sondern es ist der Tag dazwischen. Und genau darin ist vielleicht der Kasamstag ein besonders gutes Sinnbild für unser Leben ganz allgemein. Wir leben nach Karfreitag und nach Ostern. Das ist so. Vor 2000 Jahren ist Christus für uns gestorben und vor 2000 Jahren ist Christus für uns auferstanden. Vor 2000 Jahren hat der menschgewordene Gott unsere Erlösung gewirkt. Wir leben eigentlich schon in einer erlösten Zeit. Und gleichzeitig, da verrate ich auch kein Geheimnis, ist die Erlösung eben doch noch nicht überall angekommen. Bei uns selber ja auch noch nicht. Wir leben in einer Zeit des Dazwischen. Es ist schon passiert, alles das, was nötig war. Aber gleichzeitig ist die Vollendung eben noch nicht greifbar geworden, erfahrbar geworden. Höchstens in ganz besonders gnadenerfüllten Momenten. Aber wir wissen, dass wir auf die letzte Vollendung, die uns in Tod und Auferstehung erwartet, eben erst noch zulaufen. Der Karsamstag also als Sinnbild für das Ausgespanntsein zwischen dem Karfreitag und dem Ostern, unseres persönlichen Lebens. Ich bin immer wieder neu genau dazwischen. Karfreitag erlebe ich selber immer wieder in den kleinen und großen Kreuzen meines Lebens. Ostern erlebe ich auch immer mal wieder als Vorgeschmack in den kleinen und großen Freuden meines Lebens und gerade auch meines Glaubenslebens. Aber die Vollendung, auf die warten wir eben noch. Der Karsamstag zeigt uns, dass sich dieses Warten lohnt. Morgen ist es soweit. Morgen feiern wir Ostern. Und genauso gilt das für unser Leben. Warten lohnt sich. Morgen, am Morgen unseres Lebens ist es soweit. Dann feiern wir die Vollendung in der Gemeinschaft mit Gott.